Sohuhuhu Mal gucken, was hier los ist Wahrscheinlich nix schönes, ne Da oben war er Ey, die kommen jetzt eh zwei Klasse Noch gut, ich lauf hier einfach übers Feld Komm hinten Hmm Kann man auch so machen Er ist erledigt Warum schießt dieser Typ, ja Ach Feindliches Spionage Flugzeug, über euch in Position Entschuldigung! 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 Okay! Feindliche Vorräter unterwegs! Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Schade, war gut, ich dachte aber. Schießen kann ich heute gar nicht, ne? Feindliche Artillerie fällt ziel an. Artilleriebeschuss. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Ich glaube ich hab kein Kaltblütig drinne. Oder sowas. Nein. Er hockt da im Dreck. Ach ja, ich gucke. Hätte doch klappen können. Ich hab's nie gesehen. Ich müsste vielleicht mal wechseln lassen. Das wär glaub ich mal... Alter ich werde dir gerade kalt gemacht. Das find ich nicht schön. Und den gleichen Weg nochmal, dann gleich wieder zu sterben. Na ich doch nicht. Ich glaube ich hab kein Kaltblütig drin. Ihr lasst euch von ihnen den Sieg stellen! feindliche vorräte sind in der luft feindliche fernlenkladung in eurem einsatzgebiet ja klar ich wüsste dass dieser affe kommt lagerbericht nah beim angriff nähert sich die kapitalistin wird in diesen tag bereuen deiner hat mich natürlich fünfmal ungenültig